Hallo zusammen, ich bin Mahmoud. Ich mache hier in den Altersgesundheitszentren und ist nach meiner Ausbildung zum Koch. Ich bin im zweiten Lehrjahr und zeige euch gerne meinen schönen Arbeitsort. Komm mit! Wir bekommen jeden Tag frische Produkte von unseren Lieferanten. Mir gefällt, dass wir sehr viel selber im Haus produzieren und ich alles vom Grund auf lernen kann. Der Kochberuf ist sehr kreativ und ich lerne auch vieles, was ich privat brauchen kann. Da seht ihr mich ein Lamm-Rack braten. Dazu gibt es heute Jungen-Spinat und Giddishnoki. Es ist wichtig, dass alles schön angerichtet wird. Zu den ersten Zeiten bin ich im Restaurant oder auf den Wohngruppen. Mir gefällt, dass wir eine so schöne moderne Küche haben. Das Kochenteam ist sehr humorvoll und wir arbeiten gut zusammen und jeder hilft jedem. Hast du Freude am Kochen und Essen? Dann bewirb dich jetzt bei uns! Was. Und hier Mal. Hier haben wir gute Herren. Das müssen wir auch hier. Wir gehen jetzt halt. Das müssen wir ganzμοben. Wir gehen jetzt auf jeden Fall. Das müssen wir jetzt noch! Wir sehen uns. Vielen Dank.